Was geht, Freunde, der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Was geht ab? Naja, gut. Na jetzt. Ey, das Spiel war aber verdammt cool, muss ich sagen. Schade, dass es Nintendo wieder rausgenommen hat. Oder ist es mittlerweile wieder drin? Also, ich habe es echt gefeiert und sehr oft gespielt. Und ich habe oft gewonnen. Es war wenigstens mal ein Battle-Royale, wo ich gewinnen konnte. Was geht denn da ab? Junge, Real-Life-Speed-Run, Mann. Ja, das ist der Real-Life-Speed-Run. Das war Mario-Lego. Ich muss auch sagen, manche Mario-Lego-Figuren finde ich echt hässlich. Warum gab es davon eigentlich nie ein Remake? Das wäre so geil gewesen. Oder so ein Remake von Yoshi Island 1. Das war eigentlich das beste Yoshi Island. Oh, Mama. Oh, oh. Die Bananengang ist da. Ja, leg dich nicht mit der Bananen-Mafia an. Nein, ich wollte das nicht machen, ich wollte das nicht machen. Ich wollte das nicht machen, ich wollte das nicht machen. Ich wollte das nicht machen. Mein eigener Klon. Jetzt werden wir nicht alle von uns verhörten. Was? Oh. Oh. Ach ja, okay, gut. Hä, wie jetzt SSX, wat? Das ist doch aber das geilste SSX überhaupt. Schade, dass die Reihe eigentlich nie fortgesetzt wurde. Mario Party DS war eigentlich auch nicht so schlecht. Die Wii U hatte ich nie, die hat mich wirklich nie interessiert. Das lag aber an diesem komischen Gamepad-Display. Was ist das für ein fettes Gabel, Alter? Das ist ja nett. Das hat eigentlich gar nichts mit Mario zu tun, das Spiel, oder? Ich hab's noch nie gespielt. Wollte ich schon immer, aber hab's nie gemacht. One Piece. Was geht hier ab, Alter? I've never actually seen this game before the is your problem? What is what we're seeing right now, bitch Was geht hier ab, Alter? Wow, Wahnsinn, danke Jetzt geht's aber los hier, Alter Ich bin zwar der längste harzter Welt Yoshi Volley wird aber auch geil Lalalalalala Hey Mario, remember to make that birthday card for Luigi, and this time stop using that old piece of crap you call a printing program Haha, how about another game? You're gonna be a great typist Oh 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 Hahaha aufgabe erfolgreich Fehlgeschlagen Sometimes Man Mario A Holy shit. I can't fap. I can't fap. I can't faaaaaaaaaaa- I can't fap. Ich ahne Schreckliches. ...those out of control kids! You've had it with parenting. But wait, there is a solution. Introducing nap time. It's simple, just douse a rag with our patented sleeping time formula. Ich dachte eigentlich, Luigi frisst ihn jetzt. Aber okay, das geht auch. Windows? Windows? Das war nichts Originales, oder was? Was geht ab? Jetzt mal ehrlich, war das was Echtes? Mario gab es ja nie außerhalb von Nintendo eigentlich, oder? Außer Handy jetzt, davon mal abgesehen. Das war ein verrücktes Video. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.